so an alle freunde fans in die schlechte corona zeit da war alles schwer zu kratzen ja ich freue mich schon wieder im sommer auf die flohmärkte der meine hobbys ich weiß nicht wer auch so gerne solche hobbys hat ich sammle alles was alte sachen sind für meine hobbys ich bin kein trinken alkohol ich rauche nicht und wenn ich mal was billig schnurren kann bin ich dabei wer hat nicht so schön hobbys wie ich sammle alles alte sachen wie alte fotoapparate filmprojektoren diasprojektoren und kameras und radios und schreibmaschinen und alles was alt ist alte literatur aber von alten zeiten weil viele leute schmeißen ja heute alles weg und ich sammle das muss für die nachwelt muss das ja halten bleiben und wenn die freunde fans und irgendwelche leute noch was alles übrig haben und die das loswerden wollen was so gut wie nichts kostet oder an sponsor und sponsert für mich privat das wäre sehr 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 nett und werden auch solche hobbys meldet euch bei manni sagt doch mal fragt doch mal und wenn ihr was übrig habt vergesst mich nicht ich sammle alles und ich freue mich auf die flohmärkte da krieg ich auch viel von den veranstaltern gesponsort oder günstig abgegeben weil die wissen ich bin ein fanatiker nach alten sachen außer was man noch fehlt ja gefällt alles noch alles was alt ist aber mir fehlt auch nur uralte tanksäule noch wenn eine alte tanksäule hat oder vermoppte diese mischsäulen und was so gut wie nichts kostet alte spielsachen vergesst mich nicht kommt auf mich darauf zu auf jeden fall ich freue mich für jedes stückchen selbst ein altes kügeleisen alte wasserkessel und 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 also ich wünsche auf jeden fall für jeden tag wünsche euch alle alle alles gutes für euch dass auf jeden fall in die schlechte zeit die corona zeit gesund bleibt und alles hinter euch kriegt und bald gibt es ja sowieso impfstoffe und das schaffen wir dann auch das bisserl und bleibt gesund halt ein bisserl abstand und wir freuen uns schon wieder auf weihnachten die feiertage dieses jahr wird sehr weniger mit verwandtschaft und so weiter und ja hauptsache wir sind gesund da sehen wir uns nächstes jahr alle gesund wiedersehen so ist es und wir halten uns auch an die auflagen auch wenn es nervig ist wir halten uns dran wir halten uns dran na klar jeder sollte dran halten und da kann auch nichts passieren da sehen wir uns alle gesund wieder ja dann manny hat ja auch seine hobbys ich habe alte sachen sammeln und der manny der ist will künstler sein der mal bilder aber schöne bilder da muss ich sagen und wenn er freizeit hat was ich alte sachen sammle und store da geht er hin und tut bilder malen und die laufen auch super da kann man da hinten mal gucken manny halt mal darüber ja der manny malt landschaften alte häuser aber einiges muss er machen da sollst du nicht noch mal schönes richtig schönes bild malen aber bei manny dauert es ein bisschen länger jetzt zwei jahre bettel guck mal nach ist die linse etwas die linse ist die linse ich glaube die linse das ist es wieder die linse war war die kamera kalt war und das kann man dich im frohlen glanz sehen ich sage euch auch noch mal guten tag aber vorher war ich nicht zu sehen doch aber nöbel ich da war nöbel ich aber das bleibt drauf wir sind wie wir sind wir sind wie wir sind wir und bei nebel ich bin doch nicht in nebel ich bin doch wohl anständig zu sehen ich bin ja immer noch jung und knackig ich bin ja immer noch wie 18 ja genau überhaupt bei den frauen da fühle ich mir besonders jung und nett ja alles klar dann und manny denkt dran und alle fans und freunde wünsche ich alles gute wenn wir sie hören und sehen vor weihnachten ja wünsche ich alles gute und bis neuer wenn wir es nochmal sehen werden wir noch ein paar neue sprüche lassen und euch alles gute wünschen und behaltet eure hobbys euer spaß wie wir auch wir fahren gerne rennen stocker ja ja das ist super muss man auch irgendwann wieder im fernsehen oder erwerbefilme sehen ja ist ja überraschend das feste durch corona alles zurückgezogen ist aber fakt und aber wie schon sagte wenn ihr was altes übrig habt und uns sponsert bin ich immer dabei ich sag nie nein ja wenn es nur einen alten wasserkessel oder bügeleisen ist oder irgendwas als alte radios auch alte bücher ich sammle alles und wenn es nichts kostet dann freut mich besonders ich sag schon im voraus dankeschön macht sie gut und bleibt gesund tschau 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 tschau